Das ist der Moment unseres Glaubens, dass die gesamte Karibik vor Neid erblassen lässt. Denn Neid ist eine Sünde. Und je mehr sie sündigen, desto frommer erscheinen wir. Ey, das war nicht gut. Das war nicht nett, ganz ehrlich. Aber komm. Nein, wir bauen jetzt keine Kathedrale. Wir brauchen nur was für die Wirtschaft. Ich konnte nicht was mit der Wirtschaft hier hinkriegen. Oh, nicht gut. C? Wie krieg ich das denn jetzt hin? Wir müssen ein paar Jahre hingehen. Komm, geht die Wirtschaft ja nach oben? Yeah! Komm. Hier ist ja ein starkes Auf und Ab hier mit unserer Wirtschaft. Macht neuer Einwanderer für Tropico. Yeah! Ich brauche neue Leute hier. Was soll ich noch machen? Minister, ich brauche noch einen fünften. Erdöl exportieren, das lehne ich gleich mal ab. Präsident, der US-Senate ist... Das können die vergessen. Gott sprach letzte Nacht zu mir. Er hat eine Mission für dich. Eine Kirche bauen. Ich überlege ernsthaft, ob ich das tun sollte. Ich baue eine Kathedrale. Eine Kirche. Jetzt will er schon keine Kathedrale mehr. Jetzt will er eine Kirche. Immerhin wird er von seinen Forderungen mal geringer. Ich komme hier direkt neben meiner Statue, komm. Das sind wir mal nicht so. Außerdem würde ich mir gerne meine Statue noch mal angucken. So, hier ist er. Ich gut erkenne, zu erkennen an der Zigarre. Wow, ich mache das mal langsam. Ich finde unsere Gegend allgemein ziemlich cool. Gut, ich glaube... Ich glaube... Ja, okay, das ist fast ja nur so und 60. Eine Bank könnte ich auch noch mal bauen. Ich glaube, gerade weil es so viel Geld sind. Wirtschaftenwohlstand. Eine Bank könnte ich hier bauen. Das könnte da Personalschwierigkeiten geben. Wir müssten die Oberschule abgeschlossen haben. Und es gibt nicht so viele Leute dafür. Ah ja. Das macht's vielleicht schneller, ne? Man rasen ja auch das mal so lustig. Man kann hier beim Bauen noch viel besser zugucken. Oh, und wir brauchen nur noch ein paar Angestellte hier. Hm. Da wir keine Hochschulabgänger haben. Werde ich mal ein paar Leute da einstellen. Oh, und man sieht hier langsam aus der Luftperspektive. Unsere Stadt ist durchaus größer geworden. Präsidente, gönnen wir den Rebellen doch auch etwas Spaß heute Nacht. Hm. Momentan halten Sie sich in Wellen auf. Wir können Sie bitten, zurückzukehren. Und haben Sie die mal gesehen? Manchmal... Manche haben derart viele Muskeln, dass ich mir am liebsten alle Klamotten gleich vom Leibe reißen würde. Geben Sie den Erlass Amnestie heraus. Okay, die Intellektuellen finden's gut. Gehe ich halt Amnestie heraus. Ähm. Okay, nein. Ich will nicht die Rebellen anlocken. Ich will eigentlich nur, ähm... Inneres. Äh. Hm. Wie mache ich das denn jetzt am besten? Amnestie. Wie kriegt das denn jetzt hin? Ah, Amnestie, ja. Und ich baue, damit die glücklicher werden, gleich ein Restaurant hier hin. Ähm. Oh. Schön halt. Was kann ich hier bauen? Hm. Für 30.000, zu teuer. Aber... Ich glaube... Ich konnte mein eigenes Grab schon mal bauen, oder? Komm. Ich schaufel hier mal mein eigenes Grab. Das klingt so gemein. Aber nein. Es ist notwendig. Ich baue es direkt am Hafen. Damit jeder gleich sehen kann, wenn ich tot bin. Ich muss mal innerhalb meiner Insel hier bei den Fraktionen gucken. Und die Wirtschaft bricht ein. Oh Gott. Die Religiösen sind so sauer. Die werden wohl noch eine Kathedrale bauen müssen, ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wo soll das noch hingehen, aber... Komm. Ich baue noch eine große Kathedrale hier hin. Wer man schon mal im Geld ausgeben ist. So macht das schließlich der Bundestag seit Jahren. Warum sollte ich das nicht machen? So. Dann baue ich hier noch gleich eine Straße dahin, wenn ich schon so weit Geld ausgeben bin. Oh, und es ist 1960. Da kommt ja allgemein so... Oh, oh. Da kommen bald die Hippies hier an. Das befürchte ich ja eh schon. Was hier früher oder später ankommt. Was hier früher oder später die Hippies eindrücken. Ich brauche hier allgemein ein paar Leute. Ach, ich weiß doch, warum wir nichts gemacht haben. Und unsere Wirtschaft? Gehe runter im Handel, aber... Wir müssen noch oben. Muss ich mir mal was einfallen lassen, ne? Naja. Ich lasse mir was einfallen, aber erst in der... ...nächsten Folge... ...von Let's Play Tropico 4. Der Winnie-Man sagt Tschüss und... ...viel krass. Cole sagt, äh, auch Tschüss. Nehmen wir den Spielstrand. Let's... ...play. Okay, dann... ...wünsche euch noch einen schönen Abend bei dieser... ...nette Musik hier. Tschüss. ...